Was machen eigentlich all jene, die morgens früh aufstehen müssen? All jene, die wieder mal vergessen haben einzukaufen. All jene, die unterwegs großen oder kleinen Hunger haben. All jene, die schnell lecker essen, aber nicht lange suchen wollen. Und all jene, die mal was Gutes und nicht den Durchschnitt suchen. Ganz einfach, sie gehen dorthin, wo zu Hause ist. Morgens, mittags und abends. Wo Kaffee lecker, Essen frisch und Service persönlich ist. Hier kennt man sich und dich. Willkommen in den Prima Bistros von Avia. Unterwegs zu Hause sein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017